So Leute, herzlich willkommen hier zum vierten Part von Tekken 2. Das letzte mal haben wir mit dem guten alten Paul gespielt, der type Hädchen. Und haben dafür den guten Kumai gekriegt mit einer sehr guten Grafik. Ja, auf jeden Fall sehr interessant hier. Und ich würde sagen, wir starten heute rein mit King. King ist auch ziemlich stark. Wir fangen direkt an mit Michelle hier. Meine Lieblingscharakterin Kappa. Aber sollte relativ easy sein, ist Stage 1. King, das war ein bisschen einfuchsig erstmal mit dem. Aber der hat ganz coole Moves drauf, Alter. Sehr schön, das haben wir geschafft. Hayachi. Hayachi Gesundheit, Alter, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der möchte raus. Oh. Oh, das war dumm. Ah. Steh auf, ey. Wie lange die brauchen, Alter. Jo, spring einfach rüber. Ist okay. Oh mein Gott. Jawohl. Haben wir auch geschafft. Ja, der King hat auch gute Schlagkombis. Der Paul. Jawohl. Jawohl. Ey. Sehr schön. Aber es ist ganz gut, was wir hier machen. Oh shit. Das war stark. Oh mein Gott. Aufstehen. Ey. So lange, Alter, ey. Komm her. Jawohl. Leg dich einfach hin, Alter. Schaff noch eine Runde. Keine Ahnung, Alter. Sehr schön. Yo. Tritt daneben, alles klar. Ey, das ist so schlecht, Alter. Mann. Das geht besser, Jungs. Oh mein Gott. Ey, ich steh doch auf, du Penner, Alter. Jawohl. Jawohl. Und er springt wieder zehn Meter weit. Sehr schön. Live. Live O-Long. Äh, ja, okay. Oh Mann, Alter. Sehr schön. Ahu. Digga, was die für Geräusche machen hier, Alter. Bam. Wird ein Perfekt. Sehr schön. Perfekt, Alter. Ich bin, ich bin am Start in dem Game. Ich bin so am Start. Ich war nie weg. Nina. Die Nina. Jo. Sehr schön. Da ist immer drin, Digga. Was duckt die sich denn die ganze Zeit, Alter. Jo. Spring einfach rüber. Genau, Alter. Super. Fein machst du. Sehr schön. Der Jack. Oh Gott. Komm ran hier. Boah. Hoho. Alter. Oh mein Gott. Bam, Alter. Scheiße. Boah. Wieder springt er über den rüber, aber hat am nächsten getroffen. Oh mein Gott, nein. Ich will nicht sterben. Oh mein Gott. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Jo. Grüße gehen raus. Bestes Game ever, Digga. Tucson Piledriver. Hat mir aus dem Leben genommen. Ey. Mann, Alter. Ja, genau. Ja, hallo. Ey. Oh mein Gott. Was ist hier los, Alter. Ist der duckst wie schneller wie meiner wieder aufsteht, Alter, ey. Oh mein Gott. Wie viel Schaden der Wichser macht, Alter. Bam, Junge. Tritt in die Fresse, Alter. Armor King. What the hell are you doing? Oh mein Gott. Alter. Boah. Der war wichtig. Oh mein Gott. Jawoll. Da war ich einfach schneller. Jetzt kommt wieder Katsuya. Oh mein Gott. Jetzt kommt wieder Katsuya. 0 Oh mein Gott Oh mein Gott Ey, verpisse Alter Jetzt Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, beruhig dich Ey, du kleiner Bastard Alter, ey, das gibt's doch nicht Ey, der mit seinen scheiß Kombos Alter, fick dich doch Jawohl Das war ein bisschen ausgeglichen hier Oh mein Gott, Digga Ey Verpiss dich Hier Jawohl, Alter Devil Oh, stark Oh fuck Das war krasser Schaden auf jeden Fall Ey, wir haben den gleich Ey, hey, Kollege Jawohl, Alter Wir haben den King Nummer China, Alter You win, win Ufff You win, win You win, win ja super ja das ging relativ schnell muss ich sagen bin ich sehr überrascht ja wie immer ich hoffe euch hat es heute wieder gefallen wenn ja dann sehen wir uns auch im nächsten video wieder